Hier präsentieren wir die 5 besten Küchen-Van-Uhrentests. Lass uns anfangen! Lass uns mit Glasabdeckung, klassisches Layout. Design mit riesigen weißen 3D-Zahlen sowie Erinnerungen im Gegensatz zum weißen Gesicht, hochklarem Glas, das es sehr einfach macht, die Zeit aus jedem Blickwinkel abzulesen. Das lautlose Uhrwerk hört auf, das Ticken zu stören, und die Einsparungen auf der Rückseite ermöglichen eine sehr einfache Installation der Wann-Oberfläche, einschließlich 1X-Haken für eine einfache Einrichtung. Nummer 4. Timmelike Edelstahl Küchen-Utensilien-Uhr Hast du geglaubt was ist das, als du sie das erste Mal gesehen hast? Ist das eine Besteckkiste oder ein Dekor? Nein, dies ist eine unterhaltsame und kreative moderne Wann-Uhr mit Besteck-Design. Mit einem Löffel oder einer Gabel neben jeder Zahl ist der Stundenzeiger eine Gabel und der Minutenzeiger eine Klinge. Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl, sicher, langlebig und leicht zu ordnen. Für jede Inneneinrichtung müssen Sie also nicht über die Uhr Stress haben, der nicht zu den Möbeln passt. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Lenrus 12 Zoll Modern, Quarz-Lautlos Wann-Uhr Hochwertige, hochglänzende Kunststoffstrukturen garantieren Ihnen ein schönes Aussehen. Die Batterie lief und lief für eine verbesserte Sicht auf den Moment, eine geeignete Erweiterung für jede Art von Raum in der Familie. Kohlebatterie nur. Uhr mit Stunde, Minute und auch verwendet. Manuelle Einrichtung, runde Quarz-Uhr mit analogen Quarz-Zeitanzeige-Bildschirm und auch Abdeckung aus Glas. Verteilungsbereich 1 Wann-Uhr, 1A Kohlebatterie. Nummer 2. Ganada 12 Zoll Wann-Uhr Vintage Wann-Uhr Holz-Fann-Uhr Lautlos Diese atemberaubende Wann-Uhr begeistert Ihnen Architekten mit einem einzigartigen Look, der zeitlosen Charme und Modernität gekonnt kombiniert. Ob im Eingangsbereich, im Wohn- oder Esszimmer die Wann-Uhr im Vintage-Look setzen überall hervorragende Akzente. Dieses Kochbereichs-Design besteht aus MDF-Holz, das mit wasserfestem und auch nassfestem Papier überzogen. Und die Nummer 1 unserer Liste. Funk-Wann-Uhr Funk-Uhr Küchen-Uhr Aluminium-Gehäuse Wann-Uhr Einfach zu bedienende, automatische Einstellzeit, ziehen Sie den Stift auf der Rückseite der ferngesteuerten Wann-Uhr heraus, legen Sie den Akku ein, hängen Sie die ferngesteuerte Uhr an die Wann-Oberfläche und fertig. Nach ein paar Sekunden beginnt sich die Uhr sicher zu etablieren. Der Vorgang kann einige Minuten dauern, danach läuft er jedoch sowohl leise als auch genau. Der Funk-Uhr-Durchmesser des Zifferblatts von 25 cm, weißes Zifferblatt mit arabischen Zahlen, schwarze Stunden und auch Minuten, roter Sekundenzeiger, so dass das Zifferblatt auch aus der Ferne sehr einfach zu übergeben, mehr Informationen. Überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.